Wie macht man die Welt zu einem besseren Ort? Verhaltensökonomie hat dazu nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten und das anhand von Experimenten und nicht nur von Theorien. Ein genialer Abend, wir haben viel gelernt, Vienna Behavioral Economics Network in Wien zum ersten Mal, sensationell. Die Veranstaltung war wirklich sehr inspirierend und hat viel neue Insights gebracht, wie Politik noch effizienter funktionieren kann. Verhaltensökonomie bietet super spannende Optionen im Marketing, bindet den Faktor Mensch in einem Ausmaß ein, wie wir es bisher zumindest in unserem Unternehmen nicht kannten. Ich finde, das ist ein genialer Auftakt gewesen, um genau dieses Thema auch in Wien zu verbreiten. Wir haben in Österreich das Problem, dass immer wenn etwas nicht funktioniert, dann reguliert der Staat. Wenn es dann überhaupt nicht funktioniert, dann fördert der Staat und wenn etwas dann besonders gut funktioniert, dann besteuert der Staat. Und ich glaube, das sollte aufhören, weil der Staat sollte eigentlich die Bürger motivieren und die Stärken hervorholen von den Bürgern. Und das kann eben die Verhaltensökonomie tun.